Schiff, schiff, schiff! Hm, ne, ne. Direktivpunkte hab ich nicht so viel. Naja. Ärgerlich. Ich hab jetzt meine 100.000 geknackt, eigentlich. 100.000? Gesamtpunkte? Jo. Sehr gut. Ausgeschlafen, Bett. Und abgebrochen. Wir sind das Imperium. Wir können nur gewinnen. Meinst du? Das kommt immer aufs Team an. So, wo bin ich? Hier? Hm, okay. Dann geh ich da jetzt dahin. Da ist ein TIE Fighter. Den hol ich mir. Ja, und wir switchen mit rein hier mal. Partnerstart. Ich will den hier, ich will den. Ist das ein ATSC? Ja, ich will den. Meins, 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 meins. Meins, meins. Eher abgebrochen. Ja, gut. TIE Fighter. Auf geht der Peter. TIE Fighter. TIE Fighter. So, ihr Lodger. Jetzt geht der Peter hier richtig rum. Nein. Oh, ja. Aua. Da ist noch einer. Scheiße. Nein. Jetzt hat er mich gekriegt. Hallo, macht doch mal jemand den Uplink da und da. Was stimmt denn mit euch nicht, Jungs? Oh, dann links, rechts, überall eigentlich, ne? Ich save hier die ganze Zeit so einen scheiß Platz, damit der offline genommen werden kann. Und die ranzen da total rum, die Penner. Jetzt sieht's arg nach offline aus. Ah, Orbital Strike überall. Ah. Ah, ne, da nicht. Okay, müssen alles in der Luft sein gerade, aktuell. Ja, sieht so aus. Jo. Da wird gleich ein Punkt eingenommen. Oder auch nicht. Ich hab einen. Ich hab noch einen. Jetzt bin ich satt hier. Ich hab mal sowas von satt. So, kommt eher. Ich bin bei dir. Ich bin down. Oh. Du bist jetzt down, ja. Du bist sowas von satt gewesen. Sowas von satt gewesen. Ah, jetzt nicht auch down. Mensch. Komma. Mal. Wart mal start. Das ist ein ganz guter Einstiegspunkt, den du da hast. Arschlecken. Aua. Wie der mich treffen konnte mit diesem Scheißgewehr, das weiß keiner so genau. Ich hab gemerkt, dass irgendwas weh tat. Die Walker sind noch so weit hinten. Ja, die Walker, lohnen sich noch nicht so wirklich. War eh nicht so. Was ist denn da los? Ja, was ist da los? Da stehen denn da 40 Leute rum und keiner nimmt den Punkt ein. Oh fuck. Bam. Ich hol mir den Punkt jetzt. Scheiß Dreck. Oh, ein anderer holt sich den schon. Ja. Da. Hier. Hoch. Oh oh. Das Böse kommt. Oh man. Das Böse. Das Böse. Das Böse. Ich bin mal weg hier. Weg.de. Ich hab so'n richtig Porno-Raketenwerfer. Jetzt geht's hier mal richtig ab. Oh. Hallo, jetzt ist hier keiner da, wo ich hier einen Raketenwerfer in der Hand hab, oder was? Oh shit. Stirb. Ich trink immer eins, ey. Das ist doch belastend. Oh ja. Oh. Oh. Turm, dreh dich. Oh. Guck was. Genau da drüben vor allen Dingen. Oh. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam? Bam, 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 bam. Das Imperium und wir sind cool. Cool. Warum haben wir denn keinen X-Ping in den Teilfightern erlebt? Why? So, why? Nein, ich wollte den. Ja, komm, dann du den. Fuck. Das ist okay. Das ist heiß, ich auch. Das ist okay. Partnerstart. Power up, power up. Boah, mit dem blöden Maschinengewehr da. Ey, haut doch ab. Haut ab. Ihr dreckigen Geschifte. Äh, jemand hat mich erwischt. Mach nicht sowas. Doch. Partnerstart. Ich hab einen Orbiter Strike. Ich hab einen Orbiter Strike. Juhu. Das ist so schön. Wo hauen wir den denn hin? Hauen wir den da? Könnte eine Liebesgeschichte werden. Toll, der ist jetzt da. Ja, 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 mach ihn weg. Ich konnte ihn nicht wegmachen. So weit reicht meine Satellitenschüsse hier nicht. Warum gehst du überhaupt in die blöde Satellitenschüsse? Das ist das hässlichste, die ich mir fällt. Weil ich dabei vorher die Kills machen kann. Oh. Oh, hinter uns. Hinter an dir. Töte ihn. Töte ihn. Ich bin down. Ach so. I'm going down. Lalalala. Next up links. Wir haben sie zurückgedrängt. Echt? Ist schon so weit, ey? Oh, scheiße. Dann sind ja jetzt die ganzen Power-Ups jetzt hier weg. Jep. Jetzt müssen sie ja weiterlaufen für Power-Ups. Jep. Behindert ist das. Hablengstelchen. Bla 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 bla. Hablengstelchen. Ja, ja. Ich bin ja schon schneller als der Schall. Hüpf. Hui. Hüpf. Hey. Hey. Du Wetter-Arsch. Hier. Boah. Wetter-Arsch. Na? Nehmt ihr noch nicht auf? Na hier? So. Stream. Stream und alles mögliche machen wir. Ich seh'n Teilfighter. Ich seh'n Teilfighter am 1. Voll. Der hat das nicht mehr vielleicht um die... Säcke. Boden-fotzen kümmern sollen hier. Nö. Wuschen. Jetzt. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Bin ich schon drin, oder was? Bin ich drin? Oh shit, da schießt schon einer. Ah. Oh, der mich hart genutzt, ey. Luke ist so stark. Oh nein. Oh, das war zu viel des Guten. Boah, der hat mich gleich mit dem ersten Treffer so hart genutzt. Nimm ihn dir. Einflieger. Ja, nimm ihn dir. Gönn dir. Mach ich. Jetzt, ja, Killer. Natürlich, zerstör mich doch gleich komplett, du Vollidiot. Ja, ja, das hatte ich eben auch. Immer reinfliegen, weißt du? Das sind die geilsten. Nimm den ablenk. Okay, ja, das ist klar. Ich nehm' den Teilfighter. Lädt er sich eigentlich auch wieder von neu auf? Ne, ne? Wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Ne, wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Ich bin jetzt aber auch bei dir, ich komme jetzt zur Hilfe. Ja, ich habe nur noch neun Leben, deswegen, ich könnte es ein bisschen ablenken, aber mehr kann ich auch nicht machen. Mr. Incoming. Oh, oh. Bam, down. Da ist noch einer, noch einer bei dir. Oh. Wow. Lutscher. Wow, das war eng. Sind wir schon zu dritt unterwegs in der Luft und kriegst du nicht auf die Reihe, den einzutöten? Wie wir einfach hier hintereinander fliegen, ey. Ich habe ihn getroffen, nochmal. Ich habe ihn aufgetroffen. Ich bin down. I'm going down. Oh shit. Da ist ein Fighter. Na, mach ihn kaputt. Aua. Witzbeut. Mach ihn down. 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 Das war ein bisschen irritiert. Wow. So nisch, Alter. Bist du? Am äußeren Rand, ja. Du doch nicht. Ah. Der Rebel-Bomber hat einen Locker auf der AT-AT. Ah. Warum? Mann, Leute, ey. Ihr stellt euch an. Wie die ersten Neandertaler hier am Start. So, ihr Lutscher. Ihr wollt es ja nicht alle anders, ey. Ich bin's, Luke. Dein Vater. Ist das euer Ernst? Oh, da kriege ich ja Kopfschmerzen. Wie geht das alle zu sehen? Weißer, jetzt hab ich ihn verloren. Ah. Ah, mach doch nicht sowas. Ja, ist nicht schlecht. Läuft, ne? Sagst du damit? Ja. Kann euch jetzt am Boden leider gerade nicht so viel helfen. Das macht nix. New Uplinks. Ist der Klassiker bei Grimisch Call. Ja. Helfen? Wo im Zweck ist er? Der kleiner Flieger. Euer Lutscher. Papa kommt. Hat früher zu viel Dings gekriegt. Top Gun. Er war Top Gun. Uhuhuhu. Aber dafür kam er es wenigstens richtig gut. No Speeder. Kein Snow Speeder mehr. Neuer Anflug. Auf alles, was sich bewegt. Ab ein. Oh mein Gott. I'm going down. Terrian? It's la la la. Ich wollte mich wohl verarschen, ey. Ja. Test. Neuer Jäger in der Luft. Hallo, macht ihn aus. Macht ihn aus. Mit mir darf man auch echt nicht scherzen. Ich bin so ein Scheiß-Ding so zähl. Nicht immer. Macht ihn aus, Mann. Krass dir aus, ey. Wo ist denn eigentlich unser Team hin? Krass dir aus. Was macht denn unser Team hier eigentlich? Jeder für sich und keiner mit allen, oder was? Verfolgt dich. Links und rechts und links. Ey. Ey. So. Wie? Und Schiss. Oh ja. Jetzt ist er weg. Yeah. Double kill. Da läuft er hier mit euch, Keuler. Hm. Wenn ich das schon wieder alles hier sehe. Ey. Zähne ist. Kacke. Mach nicht sowas. Bum, Mac, is er. Nanti in Maverick, ja. Ich habe die ganze Zeit so einen fucking Ohrwurm in den Kopf rein. Welchen denn den vergisst er? Alles. Chok chok. Chok chok. Hui. Wenn anfängt, darf Luke Skywalker mein Ding ins Zerfetzen. Hero Wounded. Yay. Ich bin so gut. Oh, Luke ist da, Luke ist da. Nein, ich bin des Todes gemeint. Ab den, Hero. Ah, zu spät. Nein. Zu spät, zu spät. Ich glaube, die Runde haben wir schon wieder eiskalt gewonnen, Leute. Sauber. Ich krieg dich. Oh shit. Oh shit. Wuhuhu. Hello, hau lieber ab. Freut dich kriege. Stirb, du Sau. Stirb. Du elendiges Stück. Was haben wir mit dem Postboten getrieben? Was ist denn nur mit dir los? Seid ihr Imperialisten? Wir sind Gott. Wir sind die Bösen. Victory. Lass doch. Sehr schön. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Das Sieges Wasser. Ich bin noch abgestürzt. Hab jetzt 21,6 statt 21,5. Geht du schon wieder? 50,7 Alter. Kannst du mal bitte erzählen, wie das geht? Ja. Wenn du relativ viel in den 8080 bist und richtig rausrotzt, dann sch- Dann geht das. 164.000 Gesamtpunkte. 164.000, ja. Ah, Schmerz. I'm going down. Okay. Schmerz. Egal. Egal.